Ich hab Angst! Jetzt kann das nicht, wie geht das? Ja, zurück halt auf einfach! Fester! Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf Meleys Welt. Schaut mal, was der Robert macht. Der tut jetzt XXL Luftballons aufblasen. Wir machen nämlich die XXL Luftballon Popping Challenge. Da kommen jetzt Aufgaben rein, in die Ballons. Und die müssen sie kaputt machen. Und die Aufgaben, die dann rauskommen, müssen sie dann erfüllen, würde ich sagen. Also, mach mal, komm, ob das funktioniert mit unserem Staubsauger. Die Meleys kommt gleich dazu, meine Lieben. Geht? Geht? Also, mach mal. Einer steht schon. Jetzt komm ich nicht mehr raus. Die Ballons sind fertig, meine Lieben. Ich will gehen nicht. Ja, ich fang gerne an. Die Mama hat da Aufgaben drin versteckt. Ich weiß nicht, in zwei oder drei sind keine Aufgaben drin. Also, wenn man Glück hat, muss man nichts machen. Und wenn einer Pech hat, muss er zweimal was machen. Und wer beginnt? Ja, Papa. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Jetzt kommt das Schlimmste. Ich fang gleich mal an. Zur Sicherheit, dreht mal eure Lautstärke ein bisschen runter. Vor allem, wenn ihr Kopfhörer aufhabt. Und ich mach das jetzt so. Wo? Das könnte ziemlich laut machen. Ja, okay, war nicht so schlimm. Da hinten oder was? Hier. Alles klar. Da steht schon mal ein bisschen mehr drauf. Zeichne Herzen auf das Gesicht von deinem Mitspieler. Darf ich den aussuchen? Ja. Ja. Okay, dann warte ich noch auf das Zeichengerät. Aha, ein Lippenstift. Ich hab letztlich gesehen, ihr hattet. Ich bin mein Meck und du bist weg. Jaaaaaaa! Nein, das mach ich nicht. Ich hab nur zwei auf die Bagel. Ja, vielleicht auch drei. Ich mach auch schöne Heizti-Mitzke. Teppern? Süß! Das ist ja eine gute Aufgabe. Das finde ich okay. So! Siehst du aus? Super! Besser wie vorher! Ah, ist das jetzt schön? Das muss du halt dich. Na gut, Teppern jetzt? Du! Du? Nein, du! Ich? Okay. Aber es ist laut. Weißt du nicht? Ich habe das Ohren zu breit. Na gut, dann nehme ich mal das Weiße. Ich lasse das Ohren auf, dass ich weiß, wie es sich anfühlt. Gehörschutz. Wow, das war laut. Okay. Was ist das? Trink ein Essen mit Zitronensau. Nein, 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 ganzer Löffel. Ja, ganzer Löffel. Nein, 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 nicht so. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Noch mehr. Okay, okay, okay. Bevor es überschwammt. Also. Na ja, geh mal hin, genau, dass man dich besser sieht. Ah, lecker. Die verzieht nicht mal das Gesicht. Also ihr konntet es auch nicht sehen, aber ich kann es bestätigen. Was? 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 Wenn man ansteht, grün. Ich habe Angst. Hä? Ich kann es nicht. Wie geht das? Ja, drück halt auf einfach. Ja, drück halt auf einfach. Fester. Ahhhh. Ja. Nichts. 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 Ich nehme jetzt mal gleich den hier, der vor mir liegt. Ah, mein Fuß. Warte, 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 Robert, Robert. Oh Gott, wo ist denn der Zähling? Hier, da. Na. Ah. Ah. Niete. Ich sage jetzt nicht so Leute. Niete. Du kriegst gar nicht auseinander. Niete. Da ist nichts drin. Niete. Niete. Serieus. Zup. Niete. So. Dann haben wir noch zwei. Nein. Halt den Bettel hin. Need her. Need her. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh oh. Setz eine Runde aus. Hä? Das ist doch so ziemlich geil hier. Puh. Das sind ja... Das sind ja locker die Aufgaben. Ich hätte da viel Schlimmeres angehen. Tanze. Ball. Polka. Was ist Polka? Ähm. Moment. Cut. Nein, 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 nein. Polka. Was ist das? Schaffeln oder was? Schaffeln den. Schaffeln den. Also bei Polka brauchen wir einen Partner. Schaffeln? Ja. Komm, also. Komm, entri. Toma, du kannst gar nicht tanzen. so aufgaben haben wir erfüllt mein schatz wir haben es geschafft oder ich habe kein gehörschaden ja genau okay also ich hoffe euch hat's video gefallen lasst uns einen daumen da auf jeden fall wenn du noch nicht habt ein abo und das wisst ihr ja bis zum nächsten mal